Hurra, Kinderlieder! Hilfe, was ist das? Die Maus flitzt durchs Orchester, ärgert jedes Instrument. Das Publikum wundert sich sehr, es schimpft der Dirigent. Also sowas! Die laute Trompete hält sie einfach vorne zu. Die elegante Harfe erschreckt sie, sie macht Buh. Die schlanke Klarinette kitzelt sie ganz frech. Der feinen Violine nimmt sie den Bogen weg. Eine Unverschämtheit! Die Maus flitzt durchs Orchester, ärgert jedes Instrument. Das Publikum wundert sich sehr, es schimpft der Dirigent. Sofort aufhören! Über das Piano tanzt sie auf einem Bein. In die dicke Tuba gießt sie Apfelsaft hinein. Auf den Riesenpaupen springt sie wie wild herum. Sie klettert auf den großen Gong und kippt damit um. Was soll denn das? Die Maus flitzt durchs Orchester, ärgert jedes Instrument. Das Publikum wundert sich sehr, es schimpft der Dirigent. Fröche, fröche Maus! Die Querflöte ist lang, die Maus hängt sich vorne dran. Auf dem Xylophon zeigt sie, dass sie Purzelbäume kann. Im tiefen Kontrabass rutscht sie die Seiten runter. Den Frack vom Dirigenten Schöner schwarzer Frack malt sie mit Farbe bunter. Auf der Piccolo-Flöte spielt die Maus ne Melodie. Plötzlich klingt das Orchester so schön wie noch nie. Alle Instrumente machen fröhlich mit. Der Dirigent, der jubelt. Hey Maus, das wird der Hit! Huah, 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 huah. Abonnier den Kanal und verpass kein einziges! Auslanệu